Ja, Teros. Wie gesagt, wir sind in Teros. Auch bei Teros gab es Collector Booster natürlich, weil 2019, 2020 war alles irgendwo Collector Booster und brokene Karten und so weiter. Und deshalb machen wir mal das Collector Booster auf. Oh, Karten sind einigermaßen gerade. Das ist bei den Collector Booster ein bisschen seltener mittlerweile. Wir haben einen Mountain, einen Nyxborn Brood. 5 Mana, 7, 3. Machen wir mal hier runter. 5 Mana, 7, 3. Sonst, das war's. Rune Scarab Berserker. 5 Mana, 5, 4. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt er eine Kreatur, plus 1, plus 0 und Zerstörbarkeit bis hin, wenn es zu ist. Ziemlich gute Karte. Stampede Rider. 3 Mana, 2, 3 Trampel. Und zu Beginn des Combat Steps, wenn ihr eine Kreatur mit stärker Feder mehr habt, kriegt er plus 1, zu 1, wenn er ins Zug ist. Also wenn der sozusagen ein Satyra, wenn der irgendwo drauf reiten kann. Ja, Lombard of Death Vigil. 2 Mana, 1, 3. Für 1 Mana könnt ihr eine Kreatur opfern, jeder geht in der Feder ein Leben und ihr kriegt ein Leben. Ja. Sumpf. Ich find das nur so weird, dass die da drin sind. Underworld Fires. 2 Mana, fügt jedem Kreatur und jedem Planeswalker ein Damage zu. Wenn Permanentis auf diese Weise sterben würde, wird es stattdessen exiled. Field of Ruin and Foil. Nice. Das ist ein Land, kann man tappen für ein Farbloses oder 2 Mana tappen. Opfert das, zerstört ein Non-Basic-Land, das sein Gegner kontrolliert. Und jeder Spieler darf sein Deck nach einem Basic-Land suchen und das ins Spiel bringen. Richtig nice. Richtig hübsch. Ja, Mountain, Pokémon. Pokémon. Und Atreos Shroud Veiled. Ich dachte, das wäre eine Biobox. Das ist eine Biobox-Promo. Hä? Naja. 6 Mana, 4, 7. Unzerstörbar. Solange die Devotion zu Weiß größer als 7 ist, ist der keine Kreatur. Und zu Beginn des End-Steps könnt ihr eine Münzen-Marke auf eine andere Kreatur legen. Und immer wenn eine Kreatur mit einer Münzen-Marke stirbt oder ins Exil gelegt wird, kommt sie stattdessen wieder ins Spielfeld. Ja, also daraus. Das heißt, der verliert da noch die Münzen-Marke. Atreos ist halt so der Fährmann, der halt das Geld verlangt. Ja, dann haben wir Araster of the Endless Web. 4 Mana, 3, 5 Reach. Immer wenn ein Gegner einen Instant-Sorcery castet, kriegt er eine 1-2-Spinde mit Reach. Das ist bestimmt eine sehr gute Kommandekarte. Ich war ewig nie im Kommandekarte. Nadir Kraken. Oha. Die ist hübsch. 3 Mana, 2, 3. Immer wenn ihr eine Karte zieht, könnt ihr ein Mana bezahlen. Wenn ihr das tut, legt ihr hier eine plus 1-1-Marke drauf und kreiert einen 1-1-Creature-Token. LOL. Ashiok Nightmare Muse. 5 Mana, 5 Marken in Special Artwork. Geil. Und ja, ihr kreiert plus 1, ihr kreiert einen 2-3-blau-schwarzen Nightmare-Token. Immer wenn diese Kreatur blockt, muss der Hedner 2 Karten von seinem Deck exilen. Blockt oder blockt. Äh, angreift oder blockt so. Für 3 Mana, äh, für 3 Mana. Für 3 Leute, die runterleben, könnt ihr eine Non-Permanent auf die Hand seines Besitzers zurücktun. Dann muss dieser Spieler eine Karte aus seiner Hand exilen. Und minus 7, ihr könnt bis zu 3 offen aus dem Spiel exilte Karten spielen. Von irgendwoher. Vom Gegner, nicht von irgendwoher. Die Openlands own. Ähm, ohne die Mana-Kosten bezahlen. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir Dark Souls, Blessed by the Sun. Zwei weiße Mana, 2 X. Und der X ist die Walsh und so weiß. Ach, ich dachte, das wäre der Gott. Ich war gerade verwirrt. Und immer wenn man, wenn eine andere Kreatur unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt oder stirbt, kriegt ihr ein Leben. Okay, und wir haben noch einen Human Soldier, beziehungsweise den passenden Nightmare zu der Aschiok. Nice. Ja, das war's für das, äh, äh, Collector Wuster. Das war ganz gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablässt. Ciao, ciao. Ciao.